Hallo liebe Leute und willkommen zum Sonder-Sonntag? Keine Ahnung. Äh, ich dachte mir... Also ich wollte eigentlich mal ganz gerne so ein, zwei andere Spiele einfach nur random rausschmeißen. Spiele, die ich manchmal ganz gerne spiele, casual mal so nebenbei. Auch wenn manche Spiele ist, ja, Prädikat casual vielleicht nicht ganz so... Das passt da vielleicht nicht ganz so, aber ich wollte einfach mal ein paar random Spiele reinstreuen. Und dafür nehme ich, glaube ich, einfach den Sonntag und dann haben wir halt den Sonder-Sonntag. Ähm, das wird nicht jeden Sonntag passieren, einfach immer mal, wenn ich Bock habe und Lust habe, was Cooles Neues zu zeigen, was ich vielleicht ausgegraben habe irgendwann. Aber so können wir vielleicht noch ein bisschen mehr coole Abwechslung reinbekommen, ähm, in die Bibliothek der Spiele, die wir zusammen hier erleben. So, und heute stürzen wir uns in die kalten Fluten von Cold Waters. Ah, ich werde vielleicht ein, zwei solche Wortwürze machen. Ähm, Cold Waters ist jetzt fast ein Jahr alter Titel, ähm, der vor kurzen Zeit ein richtig schönes, fettes Update bekommen hat und auch immer wieder ein bisschen mehr neuem Content versehen wird. Im Prinzip ist es eine wirklich coole, einigermaßen identitätsgenaue, ähm, getreue, ähm, U-Boot-Taktik-Kampf-Simulation, so in etwa. Und wir sehen schon hier im Hintergrund coole Bilder von Fahrzeugen, die es in dem Spiel gibt. Davon können wir tatsächlich aktuell nur U-Boote steuern. Wer weiß, ob da irgendwann mal Schiffe dazukommen, fände ich cool, fände ich wirklich einfach mal cool, genau die andere Seite zu spielen. Ähm, und genau die andere Seite spielen, das können wir jetzt sowieso schon, denn, ähm, zu Release war es tatsächlich so, dass man nur amerikanische U-Boote steuern konnte. Ähm, und zwar für eine fiktive Kampagne, oder eigentlich sogar für zwei Szenarien, für einen sehr frühen, heißen, kalten Krieg. Ja, also das ist irgendwie, äh, hier gibt es ein, zwei Szenarien, ähm, das ist schon 1968 zum Ausbruch des Dritten Weltkriegs zwischen den USA und der Sowjetunion kommt. Oder einen etwas späteren Szenario, 1984, äh, wo dann der Kalte Krieg halt heiß wird. Ähm, und das war schon tatsächlich einiges an Variationen, weil die Technologie in diesen 20 Jahren hat sich halt schon eine ganze Menge entwickelt. Ähm, aber jetzt sind tatsächlich noch durch ein paar Updates, also durch ein Update wurde jetzt eine sehr moderne Kampagne hinzugefügt. Ähm, nee, 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 hier, äh, für die 2000er, das im Prinzip zwischen, ähm, der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten von Amerika in Krieg ausbricht, aus Gründen XY, weiß ich gar nicht genau, ich kenne die Story dahinter gar nicht so, ist auch nicht so wichtig. Ähm, ich spiele die Kampagne auch üblicherweise eher nicht. Ich habe sie, ich habe mal ausprobiert, aber ich bin da echt nicht so gut drin. Ich spiele meistens eher so, wenn ich mal Bock habe, irgendwie ein bisschen schweibende Action zu erleben abends. Dann, dann haue ich, haue ich das Spiel raus und spiele mal ein, zwei Runden. Ähm, genau, da, da arbeitet man damit wirklich extrem modernen Schiffen. Also wirklich, das ist, das ist wirklich sehr knallig hart. Das ist auch wirklich sehr, sehr schwer, die zu spielen, diese Szenarien, weil die U-Boote so mega modern sind, dass es echt schwer ist, da zu überleben. Ähm, es ist, ui, also die KI nutzt auch wirklich alles. Und jetzt durch einen neuen Patch sind tatsächlich, ist man tatsächlich in die Lage versetzt worden, äh, sowjetische U-Boote zu spielen. Das ging nämlich zu Release auch nicht, obwohl die sowjetischen U-Boote da waren, sie waren halt das Gegner da. Jetzt kann man sie auch spielen und, ähm, da muss ich natürlich gleich mal reinstöbern und, ähm, was wir vielleicht mal machen, ist dieses Szenario, das habe ich gestern schon gespielt und habe gefailt. Aus ein bisschen Bullshit-Riesengründen, wie ich fand, aber, naja, gut. Ähm, das ist tatsächlich ein äquivalentes, ähm, Szenario gibt es dazu auch schon, nur halt für die amerikanische Seite. Also, The Duel ist das erste Szenario, das es hier gibt. 84, One-on-One-Duel with an enemy SSN, also Submerge, Submarine. Ähm, da jagt man mit einem amerikanischen U-Boot ein, äh, sowjetisches U-Boot. Und, ähm, die, die Boote der unterschiedlichen Nationen, die spielen sich wirklich unterschiedlich. Das ist wirklich krass und das hängt mit der Doktrin zusammen und mit der technologischen Entwicklung, die diese Nationen unterschiedlich gemacht haben, weil diese Technologie war ja auch mega top secret überall die ganze Zeit. Und sie haben halt parallel entwickelt, aber halt andere Prioritäten gehabt. Ähm, ich werde jetzt diesmal wieder die Alpha-Class spielen, einfach weil ich die super interessant finde, weil sie ziemlich anders ist als die amerikanischen Boote. Ähm, dann werden wir mal versuchen, diesen, die Armys einfach mal zu versenken, ne? Ähm, hier können wir mal, ähm, wenn wir das Szenario jetzt ausgewählt haben, können wir jetzt halt mal, ähm, schon erste technische Details und wir haben ein paar U-Boote zur Auswahl, nicht sehr viele. Man hat jetzt, glaube ich, drei, ja, drei sowjetische U-Boote haben wir zur Auswahl. Ähm, die Alpha-Class ist tatsächlich die eins, ist, glaube ich, die einzige wirklich dedizierte Jagd-U-Boot-Klasse. Ähm, und die November ist, glaube ich, schon uralt. Ja, 1950er, also die ist wirklich schon sehr alt. Ähm, muss ich aber auch irgendwann mal ausprobieren, wie die so funktioniert. Ähm, aber die Alpha-Class werden wir jetzt erstmal benutzen. Die Alpha-Class, das ganz Besondere an der Alpha-Class ist, glaube ich, dass sie das schnellste Boot überhaupt im Spiel ist, glaube ich. Sogar, ich glaube sogar, die Zerstörer, die über Wasser fahren, sind langsamer. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber du kannst wirklich 42 Knoten mit dem Ding machen. Das ist sehr schnell. Das ist sehr, sehr schnell. Ähm, und auch ganz generell, das Ding ist wirklich auf Angriff geführt. Ähm, wir haben aber einen ganz knallharten Nachteil gegen die Amerikaner. Die Amerikaner haben deutlich bessere Sonaranlagen. Ähm, und sehr, sehr leise U-Boote. Und die Doktrinen, die die Amerikaner fahren, ist in einem so, äh, in so einem One-on-One-Battle, Battle, ähm... Denke ich an deren Vorteil. Aber wir werden mal gucken. Wir starten einfach mal das Szenario und dann gucken wir mal. Äh, vor allen Dingen, die das Spiel nicht kennen, werde ich einiges erklären. Wir werden ein bisschen Zeit haben zum erklären, weil das Spiel ist tatsächlich zu Beginn eines Szenarios relativ langsam. Ähm, weil dann geht es darum, sich an den Gegner ranzupirschen, ohne dass ihr selber merkt, wo du bist. Ähm, und... Ich hatte so richtig Bock bekommen, das Spiel wieder zu spielen, nachdem ich neulich wieder Jagd auf Roter Oktober geguckt habe, weil... Boah, es ist, es ist... Also, für mich ist es wirklich ein ziemlich... Ziemlich gutes Äquivalent. Also, Jagd auf Roter Oktober spielen, kommen wir mit diesem Spiel schon sehr, sehr nah ran. Äh, toller Film, aber das Spiel ist halt... Macht das sehr gut nach. Äh, wir werden kurz noch was anderes einrichten. Wir haben hier... Wir können, bevor wir in die Schlacht ziehen, im Prinzip bevor wir den Feind halt wirklich angreifen. Können wir haben hier noch schnell Zeit, ähm, auszuwählen, was wir in unsere Torpedo-Rohre stopfen wollen. Die Alpha hat, ist wie gesagt, ein richtig offensiv gebautes Boot, hat sechs Torpedo-Rohre. Das ist eine ganze Menge. Das ist wirklich... Das ist ordentlich. Äh, die meisten amerikanischen Boote haben vier. Das... Ist ganz übel. Die Amerikaner sind aber üblicherweise ein bisschen besser ausgestattet in unterschiedlicher Bewaffnung. Äh, sie haben zum Beispiel auch Täusch-Torpedos, die halt keinen Sprengkopf haben, sondern die einfach nur viel Krach machen und so imitieren, als wären sie ein U-Boot. So kann man halt ein Dummy im Prinzip in eine Richtung schicken. Ähm, aber was ich machen will, ist halt in zwei dieser Torpedo-Rohre diese Dinge hier zu schicken, die SSN-15. Ähm, das sind im Prinzip raketengestützte Torpedos. Ähm, die kann man nur abfeuern, wenn man sehr nah an der Wasseroberfläche ist. Und der Torpedo wird erstmal mit einer Rakete über einige Distanz geschleudert und fällt dann ins Wasser am Zielgebiet und zieht dann da seine Kreise. Der Vorteil ist, dass man mit diesen Dingern sehr, sehr schnell größere Distanz überbrücken kann. Ähm, und man hört ihn tatsächlich relativ wenig, weil er wird einmal abgefeuert, verlässt das Wasser. Das macht vielleicht kurz mal Platsch. Aber dann ist er außerhalb des Wassers und außerhalb des Wassers können U-Boote nur sehr schlecht hören. Das heißt, die Amerikaner, man kann damit Amerikaner sehr gut überraschen. Passiert mir selber häufig genug. Äh, weil wir ein U-Boot jagen, werde ich jetzt auch diese Torpedos wahrscheinlich alle auf aktives Sonar stellen. Weil das ein bisschen einfacher macht, die Dinger zu treffen. Und dann All-Hands-Made-Battle-Stations. Und diese Ansagen, muss ich sagen, sind auch super cool gemacht. Äh, ich hoffe der Hintergrund-Sound ist nicht zu laut. Ich mache mal ein bisschen leiser in OBS. Ähm, die sind tatsächlich auch durch den Patch dazugekommen. Und ich muss sagen, sie verbessern die Atmosphäre des Spiels so unglaublich gut. So, als ich gestern volle Pulle aufs Maul bekommen habe, war das feindliche Boot genau bei, ähm, 0, 0, 0 Grad. Also, wenn wir auf die Karte gucken, dann werden Richtungsangaben meistens in Gradzeile gegeben. Boom ist 0, hier unten wäre 180, hier wäre 90, hier wäre 270. Relativ zu unserer Position immer. Ähm, unser Sonar hat gesagt, okay, zuletzt haben wir den Kontakt, den feindlichen Kontakt bei, ähm, Richtung 34 gehabt. Das heißt, wenn wir uns mal darauf ausrichten, das kann ich mit H machen, oder ich kann hier, äh, Plot Cores sagen. Dann kann ich sagen, okay, richtet uns mal auf 34 auf, aus. Ähm, ich habe auch gleich zu Beginn der Mission, äh, auf Silent Running, also für, auf, keine Ahnung, Stille. Ja, also ich habe den Stillbefehl im Boot gegeben. Das heißt, wir sind so leise wie möglich. Auch unsere Leute im Boot sind tatsächlich so leise, wie sie können. Äh, das beschränkt unsere Geschwindigkeit tatsächlich auf 5 Knoten. Ähm, das bedeutet, dass wir selber sehr leise sind und das hilft uns tatsächlich auch, den Feind zu erlauschen. Ähm, und gleichzeitig macht es dem, äh, dem Amerikanern halt schwierig, uns zu hören. Ähm, wie gesagt, wir, wir können zwar hier im Spiel, können wir so gucken, oh, ja, cool, Wasser und, oh, Oberfläche, sieht ja alles ganz hübsch aus. Aber unsere Leute im Boot können natürlich nicht nach draußen gucken. Es gibt keine Fenster und selbst wenn, bringt die nicht viel. Sondern wir müssen halt horchen, wo der Feind ist, ne, mit so nah und, äh, äh, mit so nah erlauschen, wo der Feind ist. Und unser Boot ist tatsächlich deutlich schlechter, mit deutlich schlechteren Lauschanlagen ausgestattet, als der Feind. Die amerikanischen Boot sind sehr, sehr, mit sehr, sehr gutem passiven Sonar ausgestattet. Passives Sonar ist wirklich hauptsächlich dafür da, dass man lauscht, aber selber keinen Mucks macht. Es gibt noch das aktive, äh, Sonar. Äh, das ist das, was wahrscheinlich auch viele aus dem, äh, Physikunterricht einmal kennengelernt haben. Wo man halt unter Wasser einen lauten Ton ausstößt und dann auf das Echo wartet. Okay, wir haben den Kontakt wiederhergestellt. Das heißt, wir haben ihn jetzt wieder gehört. Wir hören jetzt die Motorengeräusche des feindlichen U-Bots. Ähm, und jetzt, wir wissen aber immer noch nicht, was für ein U-Boot das ist. Und das können wir tatsächlich anhand der Motorengeräusche erkennen. Ähm, ich denke da wirklich an diese schöne Szene in Jagd auf Rucht der Oktober, wo diese, äh, wo diese eine U-Boot-Besatzung plötzlich zum ersten Mal dieses superneue sowjetische Boot hört. Und da sieht man auch solche, solche Linien hier, ne. Und das sind wirklich im Prinzip die spezifischen Geräusche, die ein solches U-Boot macht, so in speziellen Frequenzbereichen. Und die sind von Modell zu Modell unterschiedlich. Und daran können wir tatsächlich das Modell feststellen. Und wir haben tatsächlich schon eine ziemlich gute Auflösung. Hier diese Solution, das gibt an, wie sicher wir uns sind, oder wie gut die Qualität des Signals ist, das wir haben. Und jetzt müssen wir mal hier durchskippen. Wir haben ja so einen Katalog an sowjetischen U-Booten. Und womöglich ist es eine Narwhal. Das passt ziemlich gut. Also das ist das, was wir hier gerade jetzt aufzeichnen. Das ist das optimale Signal. Dieses Geräusch macht die Narwhal, wenn ihr Motor läuft. Und das ist das Signal, das wir gerade auffassen. Da ist so ein bisschen Dreck drin. Das sind da die Hintergrundgeräusche des Meeres. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Narwhal ist. Die Linien passen sehr, sehr gut. Warum gewinnen wir an Höhe? Ist auch egal. Genau, wir sind gerade bei einer Höhe von 300 Fuß etwa. Oder bei einer Tiefe. Das loggen wir einmal ein. Und dann kriegen wir auch tatsächlich jetzt schon Informationen. Das sind die Informationen, wie gut wir das andere Boot hören können. Das sind die Informationen, wie gut uns das feindliche Boot hören kann. Und die haben sehr, sehr gute Sonaranlagen. Deswegen können sie uns schon ziemlich gut hören. Ihr LF Passive kann uns tatsächlich schon aufzeichnen. Sie wissen in etwa, wo wir sind. Ihr LF Toad, also ihr Toad-Sonar. So was haben wir nicht mal. Ein Toad-Sonar ist einfach im Prinzip ein Mikrofon, das man an einem Kabel hinter dem Schiff hinterher zieht. Und so kriegt man noch mehr Datenpunkte im Prinzip für die Verarbeitung. Das kann uns noch nicht aufzeichnen. Aber sie wissen in etwa, wo wir sind. Und wir können auch tatsächlich anhand der Geräusche, die wir von ihnen empfangen, erahnen, dass sie sich in unserer Richtung befinden. Hier ist so eine Marke auf der Karte verzeichnet. Das ist hier die Taktikkarte übrigens. Das ist nur eine Annäherung. Wir glauben, dass sie in etwa da sind. Wir wissen es aber nicht genau. Was wir jetzt aber auch nochmal feststellen können, mit so viel Solution können wir schon mal in etwa raten, in welcher Höhe sie sich befinden. Sie befinden sich ziemlich tief, etwa bei 800 Fuß Tiefe. Wie tief ist das Meer insgesamt hier? Okay, wir haben nach unten offen. Wir sind wahrscheinlich gerade sehr, sehr über einen sehr, sehr tiefen Teil des Meeres. Die Alpha ist tatsächlich sehr, sehr interessant in der Tatsache, dass sie 2000 Fuß tief tauchen kann ohne Probleme. Das ist richtig krass. Das ist auch ein sehr, sehr großer Vorteil. Ich würde vorschlagen, wir senken mal die Tiefe auf 1000 Fuß. Da hinten sind sie. Unsere Auflösung ist jetzt so gut, dass wir sie tatsächlich sehen können. Und dass wir genau wissen, wohin sie fahren. Genau wissen, wo sie sein werden. Jetzt können wir anfangen, Jagd zu eröffnen. Das ist schon fast zu einfach. Uns können sie noch nicht sehr gut erspähen. Ich glaube, wir legen los. Wir feuern nun den ersten Torpedo ab. Feuer. Feuer. Okay, sie feuern auch auf uns. Nottauchen. So schnell es geht. Oha, jetzt geht's los. Damit habe ich nicht ganz gerechnet. Okay, wir tauchen so schnell wie können ab. Und machen eine schöne Wende. Wir sind noch relativ... Ah, Dreck. Okay, einer der Torpedos hat uns erkannt. Versucht jetzt, Kurs auf uns zu nehmen. Wir versuchen jetzt vor den Torpedos wegzufahren, im Prinzip. Und da ist ein großer Vorteil der Alpha, sie ist halt wahnsinnig schnell. Wir sind schon auf... Torpedos in der Wasser. Wir sind schon auf... 0, 1, 3... Ja, ist ja gut. Wir sind schon auf 35 Knoten. Und wir werden noch schneller. Die... ...amerikanischen Torpedos sind ziemlich schnell. Ich kann übrigens mal nachladen hier. Aber sie werden eventuell ein bisschen Probleme haben, mit uns mitzuhalten. Ich will sie im Prinzip ein bisschen anlocken. Und eben auf einer Tiefe fahren. Und dann werfen gleich einen Noisemaker. Ein Noisemaker ist im Prinzip ein Container, der einfach nur sehr, sehr viele Blasen erzeugt. Und damit sehr, sehr viel Krach. Und das lenkt die Torpedos ab. Und dann werden wir steil nach unten abtauchen. So tief wir können. Der Torpedo kommt näher. Noisemaker abtauchen. Weil die Torpedos haben nur einen gewissen Kegel, in dem sie uns erkennen können. Und das geht auch fürs Vertikale. Okay, diesen Torpedo ziehen wir noch hinter uns her. Die sind auch noch. Versuchen wir mal eine Knuckle zu machen. Eine Knuckle ist im Prinzip eine Luftblase, die man erzeugen kann, wenn man das Heck des Bootes hin und her reißt. 2.000 Feet. Okay, wir haben jetzt unsere eigentliche genormte Tiefe erreicht. Ein bisschen übertreiben kann man es manchmal, aber man sollte es nicht zu sehr übertreiben. 2.200 Fuß ist zum Beispiel schon sehr tief. Wir sind jetzt auf 42 Fuß, aber der Torpedo kommt immer noch näher. Ich schätze mal, dass er irgendwie so um die 45, 48 Knoten drauf hat. Äh, 42 Knoten haben wir drauf. Okay, ähm, Noisemaker auftauchen auf 1.000 Fuß. Make Depth 1, 0, 0, 0, they dive by. Ist ganz gut, dass wir ein bisschen Distanz zwischen uns und die anderen beiden Torpedos gebracht haben. Boah, die haben aber echt rausgehauen, die Amerikaner. Heilige Scheiße. Bin gespannt, ob unsere Torpedos irgendwas anrichten konnten. So, und da lassen wir ihn hinter uns her. Dieses rapide Wechseln der Tiefe ist extrem effektiv, wie ich finde, gegen feindliche Torpedos. Weil die Torpedos haben eine sehr hohe horizontale Reichweite, aber die vertikale Reichweite ist eher so ein bisschen beschränkt. Und noch ein Torpedo. Okay, wir fahren immer noch direkt auf sie zu, was ganz interessant ist. Okay, wir gehen jetzt wieder auf Leises fahren. Das heißt, wir werden für die Amerikaner wieder schwer zu entdecken. Sind relativ nah an der Wasseroberfläche. Da kann man ein bisschen cheaten manchmal, was ich manchmal mache. Das Spiel ist doch schon schwer genug. Und ich glaube, die drei Torpedos haben wir tatsächlich hinter uns gelassen. Wir hören immer noch das Ping, Ping der Torpedos. Das ist tatsächlich das aktive Sonar der Torpedos. Die versuchen, uns aufzuspüren. Aber wir scheinen sie größtenteils hinter uns gelassen zu haben. Das ist der große Vorteil der Alpha. Dadurch, dass sie halt bis zu 2000 Meter tief tauchen, äh, 2000 Fuß tief tauchen kann, hat man so einen großen Vorteil, um Torpedos abzuschütteln. Das war jetzt ziemlich hektisch. Ich hätte nicht gedacht, dass es so hektisch war. So, die amerikanischen Torpedos sind alle anscheinend auf Kreiseln eingestellt. Man kann ja sagen, okay, kreiselt mal. Also, wenn ihr euer Ziel erreicht habt, dann kreiselt halt gegen den O-Zile-Sinn oder im Good-Zile-Sinn. Man kann auch dieses Schlangenlinien machen. Dann fahren sie so in Schlangenlinien weiter geradeaus. Und versuchen, irgendein Ziel zu entdecken. Ähm, die beiden zum Beispiel, die ich abgefeuert habe, die wir jetzt nicht mehr sehen können, weil, oder die wir nicht mehr hören können, weil wir selber so viel Krach gemacht haben. Ähm, das ist nämlich das Ding. Wenn man sehr, sehr schnell fällt, produziert das eigene Boot sehr, sehr viel Lärm. Und dann kann man die anderen Fahrzeuge, Geräte, was auch immer, im Meer nicht mehr so gut hören. Deswegen mache ich das halt meistens so, dass ich sehr, sehr schnell fahre, um den Torpedos auszuweichen. Und dann wieder sehr, sehr leise werde, um den Feind wieder aufzuspüren. Wir wissen, dass sie da sind. Wir wissen aber nicht genau, wo. Wir versuchen mal näher an ihre Tiefe ranzukommen. Wir haben eine ausreichend gute Auflösung, dass wir wissen, in welcher Tiefe in etwa sie operieren gerade. Ziemlich nah an der Wasseroberfläche. Das kann für uns von Vorteil sein. Boah, sie müssen echt direkt voraus sein. Ähm, unsere Torpedos sind... Ja, okay, feuerfrei. Unsere Torpedos haben wir wirklich so abgefeuert. Äh, wir haben sie vielleicht sogar ziemlich dämlich abgefeuert. Weil sie sehr nah bei uns aktiv geworden sind. Sie sind ja direkt über uns, diese Bastarde. Was eigentlich nicht schlecht ist, weil das heißt, wir können sehr, sehr einfach hinter sie gelangen. Roboter sind praktisch taub direkt hinter sich. Ähm, das geht eigentlich für fast alle Schiffe. Boah, ey, wir haben die nicht gehört, bis sie direkt über uns waren. Krass. Und ihr könnt jetzt die Torpedos da oben hören, unsere. Die jetzt, glaube ich... Ja, dieser Torpedo ist tatsächlich auf der Jagd. Jawohl. Der andere auch. Äh, wir können mal unsere Tiefe stabilisieren. Die Amerikaner setzen jetzt natürlich auch... Also die Normal setzt jetzt auch, ähm... Noisemaker ein. Also Geräte, die halt viel Kracher zollen. Ich, äh, lass mal uns so ausrichten, dass wir unsere Nase der Now-Wall zuwenden, damit wir besser zuhören können, was passiert. Diese Noisemaker lenken die Torpedos aber nur kurz ab. Und die KI ist tatsächlich meistens nicht so clever... Jawohl. Massiv den Kurs zu wechseln. Äh, oder massiv die Tiefe zu wechseln. Und zieht dann die Torpedos sehr schnell wieder an. Und das hat geklappt. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben die Now-Wall versenkt. Ui. Das war... Das war krass. Puh, 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 puh. Äh, ich möchte aber nicht ganz in die Torpedos reinfahren. Das wäre irgendwie doof. Es ist nämlich durchaus möglich, sich mit seinen eigenen Torpedos zu beschießen. Übrigens, dieser Torpedo wird jetzt hier gleich nochmal reinrammen, weil ein sinkendes U-Boot sehr, sehr viel Kracher zeugt und für die Torpedos gefundenes Fressen ist. Ah, was verfehlt. Ah, guckt euch die schöne Höhlache an, die wir hier produziert haben, als das Boot auseinandergebrochen ist. Boah, das ist so viel besser gelaufen als letztes Mal. Puh, puh, puh. Puh, 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 puh. Ja. Das... Das ging erschreckend schnell. Das ging echt sehr, sehr schnell. Aber ich glaube, so spielt sich die Alpha einfach. Die spielt sich sehr, sehr schnell. Also wirklich... Boah. Aber ihr habt gesehen, wir sind sehr taub. Die Alpha ist wirklich taub wie sonst was. Wisst ihr was? Wir machen es einfach mal so. Ja, okay, wir müssen noch warten, bis wir das Gebiet geräumt haben oder bis die Torpedos sich... Also die Torpedos explodieren irgendwann tatsächlich von alleine, wenn ihre Batterien alle sind. Die Torpedos sind ja generell Batterie betrieben. Haben einfach nur einen Elektromotor. Und scheiße, unser eigener Torpedo fängt uns jetzt an zu verfolgen. Das ist gar nicht gut. 4, 2, nicht mal. Ähm. Wie gesagt, man kann sich selbst beschießen. Die sowjetischen Torpedos sind definitiv gut. Keine Frage. Ähm. Also wir müssen erst das Gebiet... Also wir müssen erst sicherstellen, dass wir nicht mehr in Gefahr sind. Bevor wir das... die Schlacht verlassen dürfen. Und Torpedos zerstören sich irgendwann, selbst wenn ihre Batterien halt alle sind, wenn sie nicht mehr weiterfahren können. Es ist... Also man muss, glaube ich... Ich glaube, ist das eigentlich einer von unseren Torpedos? Hier ist ein amerikanischer Torpedo. Krass. Da unsere Torpedos sind viel länger. Die amerikanischen Multipurpose-Torpedos, die sind ziemlich kurz. Noisemaker, auftauchen. Und wegziehen. Ich benutze inzwischen... Also diese... Dieses... Tiefe setzen und so. Diese Kommandos sind auch relativ neu. Ähm... Die benutze ich inzwischen sehr gerne. Okay, dann müssen wir, glaube ich, nochmal eine Knuckle formen. Knuckles formt man... Indem man halt das Ruder, äh... Das Heck des Schiffes hin und her reißt und die Schraube dabei halt Luftblasen erzeugt. Und die sind halt... Sind halt sehr, sehr laut, diese Luftblasen. Ach, Dreck. Jetzt von Hand machen sollen. Ich tauche jetzt von Hand. Fertig. Äh, ja, ich benutze immer die Kombination jetzt aus... Ähm... Dieser automatischen Steuerung und der Handsteuerung. Je nachdem, was ich halt gerade brauche. Oh, wir cavitaten. Ist ja okay. So, und jetzt können wir wieder abtauchen. Genau, um Knuckles zu formen. Oh, da ist der Torpedo direkt hinter uns explodiert. Gerade die Akkus alle gegangen. Nice. Puh. Ja, dieses Cavitating ist übrigens auch, äh... So ein Effekt, der tatsächlich wirklich passiert. Wenn man Schiffsschrauben sehr, sehr schnell in flachem Wasser dreht, wo der Druck noch relativ niedrig ist, dann kommt das dazu, dass sich durch den Druck, äh, Luftblasen oder so Vakuumblasen bilden, die dann wieder zusammenbrechen und dabei sehr viel Krach erzeugen. Das heißt, Cavitating ist wahnsinnig laut. Sehr, sehr laut. Sehr, 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 sehr laut. Äh, und deswegen will man es als U-Boot normalerweise vermeiden. Äh, wenn man aber tiefer sinkt, ähm, oder tiefer taucht, kann man mit höheren Geschwindigkeiten fahren und nicht cavitaten. Weil da der Wasserdruck halt viel, viel höher ist. So, ich glaube, jetzt haben wir Sint-Hauts. Ja, voll, okay. Das war nochmal knapp. Cool. Ah, wir haben vier Torpedos abgefeuert und die Narwhal versenkt. Yeah. Und... Wisst ihr, was wir machen jetzt nochmal das Umgekehrte? Fight a one-on-one duo with an enemy SSN. Und dann gucken wir uns mal an... Äh, fahren wir wirklich mal die Narwhal. Genau das andere Boot. Und, ähm, da sieht man, glaube ich, schon die, die fetten Unterschiede. Weil die amerikanischen Boote sind definitiv anders. Ähm, hier werde ich tatsächlich so ein Moss reinladen in eines der Torpedorhugel. Wir sehen schon, wir haben nur vier. Wir haben andere Torpedos, die aber fast genauso funktionieren. Fast, nicht ganz. Ähm, die amerikanischen Torpedos sind tatsächlich auch sehr, sehr gut. Äh, und dieser Moss, das ist einfach nur... Ist im Prinzip ein Noisemaker auf einem Torpedo. Der macht einfach Krach wie sonst was. Und die anderen... Also, Feinde könnten das Ding halt mit uns verwechseln und dann auf diesen Täuschkörper schießen, statt auf uns. Was sehr willfreich ist. Eine All-Hands-Man-Battlestation. Und es kann gut sein, dass das... ...deutlich einfacher für uns wird. Okay, das sollte eigentlich ein One-on-One-Battle sein. Es kann gut sein, dass einer dieser Kontakte, wir haben jetzt zwei, ähm... ...ein Handelsschiff ist oder sowas. Das kann durchaus passieren, das zivile Schifffahrt. Es gibt auch Wale, die tatsächlich durch das Kampfgebiet schwimmen können. Das habe ich aber bis jetzt nur einmal gesehen. Aber es könnte durchaus ein Wal sein. Ähm, also ein echter Wal. Nicht ein Nawal, sondern ein Wal. Ähm, ja, es könnte jetzt durchaus einfacher für uns sein, den Feind überhaupt zu hören. Weil... ...die Art und Weise, wie die amerikanische Nooboot gebaut ist, viel, viel mehr auf... ...anschleichen, lauschen... ...einen Schuss abgeben, nicht entdeckt werden... ...und dann so schnell wie möglich weg geht. Äh, wir drehen aber unsere Nase zu diesem ersten Signal hin. Und dann versuchen wir auch hier... ...wieder das Signal richtig zuzuordnen. Äh, Delta-3 würde schon ganz gut passen. Manchmal sind die Unterschiede sehr klein, weil die Boote sehr, sehr ähnlich sind. Also hier ist zum Beispiel eine Delta-3 und eine Delta-4. Hier. Und mal fliegt die Delta-4 nicht. Nee, das ist die Saturn-5. Nee, Delta-4 war aber... Delta war auch eine Raketenserie der Amerikaner, ne? Aber es war noch vor Saturn. Glaube ich. Obwohl, die Serie an sich wird vielleicht sogar noch weiterentwickelt. Anyway. Naja, die Bewerfung, die wir haben, ist tatsächlich größer. Also die Auswahlmöglichkeiten sind größer, aber anders. Also... ...Mark-48 sind so die Standard-Torpedos, die sind ziemlich cool. Das eine, was die Mark-48 können, was die russischen, äh, die sowjetischen, ähm, Torpedos nicht können, ist, sie können die Höhe halten. Das hier ist die Waffenhöhe, ähm, die man hier einstellen kann. Oben, unten, Mitte. Und oben heißt im Prinzip, sobald der Torpedo aktiv ist, versucht er zur Wasseroberfläche zu schwimmen. Oder zu fahren. Aufzutauchen, keine Ahnung. Äh, und dort nach Zielen zu suchen. Gleiche Höhe heißt, er bleibt auf der Höhe, auf der er abgeschossen wurde. Das ist super nützlich. Tatsächlich. Und das ist manchmal, glaube ich, mit sowjetischen Torpedos gar nicht so einfach, ein U-Boot abzuschießen. Einfach nur, weil das U-Boot halt weder ganz unten noch ganz oben taucht, sondern irgendwo in der Mitte. Das kann es ein bisschen schwierig machen. Die Amerikaner scheinen auch ein bisschen mehr für Kabelsteuerung übrig zu haben. Also diese Torpedos werden wir abschießen mit, äh, Kabeln, die zurück zum U-Boot führen. Und dann kann man den Torpedo tatsächlich fernsteuern. Das habe ich bei sowjetischen U-Booten deutlich weniger gesehen. Ähm, wir haben aber auch, äh, tatsächlich Raketen. Wir könnten zur Wasseroberfläche fahren und eine Rakete abfeuern. Bringt nur gegen U-Boot relativ wenig. Ähm, da gibt es einmal diese relativ kleinen, schnellen. Äh, und dann gibt es hier im Prinzip länger Streckenflugkörper. Aber ich würde nicht sagen, dass das wirklich... Na gut, das sind... T-Lams sind vielleicht wirklich Langstreckenflugkörper, aber das ist auch eher so... Das ist gar nicht für TASM, T-Lam. Kann ich aber nachgucken. Nehme ich hier in diesem kleinen, super kleinen Ding. Das ist praktisch die Wikipedia von Code Waters. Kann man das alles nachschauen. T-Lam. Land-Attack-Version. Ah, okay. Anti-Ship-Version. Okay. Das ist im Prinzip nur eine schwere Rakete zum Angriff auf Schiffen. Kahn-Sonar, Sierra 1, ist klassifiziert als Submerged Submarine. Okay, wir, äh, müssten gar nicht die Signatur zuordnen. War ein Victor 3 gewesen. Okay, nah dran. Ähm, wir sind in den Fall auf der gleichen Höhe wie wir, so wie ich das sehe. Ja. Und hier können wir tatsächlich sehen, sie hören uns noch nicht, weil wir deutlich leiser sind. Wahrscheinlich werden sie jetzt aber gleich hören, soweit wir anfangen mit dem Schießen. Kahn-Sonar, Launch Transient von Sierra 1. Launch Transient, das heißt, sie haben jetzt ihren Torpedo abgefeuert. Mit der Now-Wall habe ich, glaube ich, noch nicht so viel gespielt. Aber ich weiß, dass sie nicht annähernd so schnell ist wie die Alpha. Kahn-Fahr-Kontrolle. Passing 500 feet. Das ist so ein Problem mit den Kabeln, wenn man... Kahn-Sonar, lost Kontakt. Sierra 2, last bearing 2, 0. Passing 600 feet. Wenn man das Boot sehr, sehr schnell bewegt, äh, kann es sein, dass die Kabel einfach brechen. Passing 700 feet. Wir können bis 1320 Meter Tiefe gehen. Problemlos. Passing 800 feet. Dann machen wir das doch. Und das müsst ihr nicht verreichen. Laden wir die Torpedos nach. Torpedos nachladen macht übrigens ein bisschen Krach. Deswegen wird das während der, äh, Schleichfahrt tatsächlich deaktiviert. Schleichfahrt, so heißt das, richtig. So, ich hab zwei Torpedos abgefeuert. Kahn-Left 2, 1, 7, 3, Helm-Eye. Ihr habt auch das Gefühl, dass die sowjetischen Torpedos deutlich schneller nachgeladen werden. Das dauert ewig hier. Sowjetischen Torpedos so, wupp, fertig. Okay, der sowjetische Torpedo ist online. Läuft. Wir können ihn uns tatsächlich angucken und der ist eingestellt auf hohe Tiefe. Das heißt, er versucht nahe der Wasseroberfläche zu bleiben. Für uns wahrscheinlich sehr, sehr gut, weil wir einfach drunter durchtrappen können. Das ist so der Nachteil, den ich mit den sowjetischen Torpedos sehe. Sie sind relativ eingeschränkt. Also wahrscheinlich können wir wirklich einfach unter dem Ding durchschlüpfen. Wir machen jetzt mal Schleichfahrt, damit der Torpedo uns vielleicht... Shit! Torpedo in der Wasser, Torpedo in der Wasser, Bearing, 1, 3, 5. Doch nicht? Was macht er denn jetzt? Er hat uns doch gehört. Krass. Wir hätten auch auf, äh, Eroatiefe gehen können. Was macht er da? Versuchen wir halt wieder, nach oben zu kommen, wenn der Torpedo unten ist. Krass, der es uns gehört hat. Ja, der Kontakt ist jetzt halt in unserem Schraubengeräuschen. Das heißt, wir können ihn überhaupt nicht hören. Okay, das hat der Torpedo unten... Hat den Torpedo unten nicht so gestört. Dafür ist er noch zu weit weg. Kahn, der neue Kahn-Sonar. Wir sind kapitiert. So, wir machen jetzt Krach bis zum Gehtnichtmehr. Was aber nicht schlimm ist. Wir versuchen ja einfach erstmal nur wegzukommen. Wir sind mit 25 Knoten wirklich gar nicht so schnell. Also ja, für ein Boot ist das schon okay. Vielleicht sollten wir mal auf 100 Fuß gehen, nicht auf 50. 50 ist vielleicht ein bisschen sehr wenig. Ich will nicht die Wasseroberfläche durchbrechen. Das macht uns nämlich ziemlich langsam. Noisemaker abtauchen. Ah, shit. Was passiert hier? Der Torpedo hat uns wieder zurückgerannt. Hat uns wieder gehört. Ist von der Seite von oben angeschissen gekommen. Aber uns dann wieder verloren. Und das feindliche Hut ist tatsächlich noch am Arbeiten. Passing 1000 Feet. Passing 1100 Feet. Rigship für ultra-quiet. Passing 200 Feet. Uhuhu. Wir können sogar eine Sache versuchen. Wir können tatsächlich versuchen, einfach stehen zu bleiben. Ähm. Und weil das so nahe des Torpedos hat, wie in einem Kegel von vorne aus dem Torpedo rausgeht, können wir so möglich einfach unter dem Kegel bleiben. Das kann durchaus funktionieren. Dann warten wir einfach, bis der Torpedo alle ist und... Äh. Achso. Der interessiert sich für unseren Noisemaker. Okay. Das kann man definitiv auch machen. Dauert ein bisschen länger. Äh. Aber ja. Besser als sterben. Weil das eine war jetzt schon sehr, sehr, sehr knapp. Das eine war jetzt wirklich... sehr. Viel zu knapp für meinen Geschmack. Und wir haben tatsächlich auch wieder Kontakt mit der Victor hergestellt. Wir wissen in etwa, wo sie ist. Aber nicht sehr genau. Und sie wissen gar nicht, wo wir sind. Also das sind deren, äh... Fähigkeiten, auch Spürungsfähigkeiten. Und... Die haben null Plan, wo wir sind. Tja. Jetzt hilft eigentlich erst mal nur warten. Wir sind relativ nah an der Wasseroberfläche. Ich mach mal kurz ein bisschen Zeitbeschleunigung an. Äh. Das gibt's nämlich auch. Wo wollen die denn hin? Ah, jetzt drehen sie um. Okay. Schon sagen. Ping, 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 ping. Okay, der Torpedo ist explodiert. Endlich. Dann nehmen wir mal wieder ein bisschen Fahrt auf. Und sieht schon... Jetzt, alleine schon durch diese fünf Knoten, die wir machen, sind wir deutlich besser zu hören. Äh, ich glaub, den nächsten Torpedo werde ich tatsächlich oben fahren lassen. Victor, wie viel... Die Höchstgeschwindigkeit von dem Ding ist 29 Knoten. Die sind tatsächlich schneller als wir. Ganz krass. 29 Knoten ist schon ganz ordentlich. Puh. Okay. Con, Helm. Steady Course. Können Sie sehen, und sie tauchen weiter nach oben. Und jetzt sehr, sehr nah. Okay. Ich überlege, ob ich jetzt schon einen Torpedo abfeuern soll. Sie werden... Das dumme ist, Torpedoabschlüsse kann man ziemlich gut hören, unter Wasser. Können wir machen's mal. 1, 5, 30. Und weil wir jetzt tatsächlich ein Kabel haben an dem Torpedo, können wir jetzt während der Fahrt, während der Torpedo schon läuft, können wir ihm noch sagen, äh, nee, fahr mal da hin. Und dann macht er das tatsächlich. Sie wissen nicht genau, wie wir sind. Sie haben nicht geantwortet mit einem Torpedo. Was ich interessant finde. Sie fahren jetzt sehr, sehr nah an der Wasseroberfläche. Wenn Sie diese komischen... Ich glaube, die haben sie, ne? Die SSN-16, ja. Die haben diese raketengeschützten Torpedos. Ähm. Womöglich sind sie so nah zur Wasseroberfläche gefahren, um die einsatzbereit zu haben, weil die kann man nur ab einer Höhe, also von einer Tiefe von 180 Fuß oder weniger einsetzen. Ähm. Das ist also womöglich die Raison. Wenn wir jetzt weiter versteckt bleiben, können wir eventuell tatsächlich den Torpedo per Kabel ins Ziel lenken. Das wäre richtig gut. Ich kann das hier auch über die Taktikkarte machen, die ist ein bisschen größer. Aber ich mag tatsächlich die Sicht auf das U-Boot. Ich weiß nicht, ich finde das schön. Okay, sie hören uns immer noch ziemlich schlecht. Sie werden uns gleich mit ihrem aktiven Sonar auffangen, weil dieses Ping, dieses Quietschen, das ist tatsächlich das aktive Sonar und das haben sie eingeschaltet. Das heißt, sie werden uns damit gleich auffangen. Sind nur noch bei minus zwei Malus und sie kommen immer näher. Restlichen Sonaranlagen sind noch nicht stark genug. Sie wissen immer noch nicht, wo wir sind. Okay. Ich will die noch ein bisschen laufen. Das ist cool an Kabelsteuerung. Es ist wirklich, wirklich nice. Du kannst, während der Torpedo noch gelaufen ist, weil, das haben wir schon bei der Alpha gesehen, ich habe Torpedos mehr oder weniger gefeuert und bin dann weg. Und sie haben verfehlt. Das ist so... Äh. Ist halt so ein bisschen doof. Aber wenn man sie halt nach dem Start nochmal steuern kann, ist das sehr, sehr nützlich. Ich glaube, sie haben jetzt den Torpedo entdeckt. Sie drehen bei und sie cavitaten. Ja, ich glaube, sie versuchen auszuweichen. Das ist für uns sehr gut, weil deutlich wird halt ihre Chance, uns zu entdecken, noch schlechter. Und jetzt drehen sie uns sogar ihre Schraube zu. Das heißt, wir werden gleich in ihren Schraubengeräuschen einfach verschwinden. Und sie sind zwar recht schnell mit 29 Knoten, aber nicht so schnell wie unsere Torpedos. Sie haben Höchstgeschwindigkeit von 55 Knoten. Ich glaube, sie würden jetzt gerade noch mit 40 Knoten laufen. Äh. Das reicht. Das reicht definitiv. Und sie machen gerade so viel Lärm, dass sie hier sehr, sehr einfach zu entdecken sind. Ich denke, das könnte es gleich gewesen sein. Unser Torpedo hat 9 Minuten Batterien. Pi mal Daumen. Machen wir mal ein bisschen schneller hier. Da kommt unser Torpedo. Schön. Ja, noch 7 Minuten. Krass. Wird er uns wirklich abhängen? Glaube ich nicht. Selbst wenn. Dann schließen wir halt noch einen ab. Wir wissen ganz genau, wo sie sind. Und wir sind jetzt tatsächlich komplett in ihren Schraubengeräuschen verschwunden. Sie haben keinen Plan, wo wir sind. Na, noch ein bisschen fast vor Bord. So, gleich geht der, unser, unser Torpedo aktiv. Weil er diesen Punkt erreicht. Und er steigt jetzt auf. Weil wir gesagt haben, er soll oben nach Zieren suchen. Das heißt, er macht hier so eine kleine Schleife nach oben. Und das hier ist übrigens dieser Sonarkegel, den unser Torpedo ausstößt. Ähm. Das meine ich mit von wegen. Und man kann sich halt unter diesem Kegel verstecken. Weil der, hier sieht man halt nur in 2D, aber er streckt sich tatsächlich in 3D. Das heißt, auch in die Tiefe. Und wir können den Torpedo jetzt tatsächlich fernsteuern. Ich kann ihn jetzt mit dem Ziffernblock sagen, voll drauf halten. Weil wir wissen, wo das feindliche U-Boot ist. Und ihr seht schon, wir holen auf. Wir holen auf. Und wir haben noch mehr als 5 Minuten Batterien. Du entkommst nicht. Also wir werden einen Noise-Maker machen. Aber die können wir mit der Kabelsteuerung tatsächlich auch ignorieren. Also fast ignorieren. Der Torpedo wird automatisch ausweichen. Äh, also den, den Noise-Maker halt, äh, durch den Noise-Maker verwirrt. Aber man kann den Torpedo halt einfach manuell steuern. Genau, das ist jetzt Weapon-Counter-Measure-Homing. Das heißt, unser Torpedo hat auf den Noise-Maker angeschlagen und weiß nicht, wohin. Wir steuern einfach mit dem durch. Das heißt, unser Torpedo hat jetzt das U-Boot erschnüffelt. Das ist so ein bisschen wie, wie, wie ein Jagdhund losschicken. Noise-Maker, Bearing. 1, 8, 7. Kahn, Feuer-Control, Weapon erzeugt. Jetzt versuchen sie auch noch ein paar Haken zu schlagen. Was auch okay ist, was eine gute Strategie ist. Also gute Taktik auf jeden Fall, um Torpedos loszuwerden. Ähm, man muss es nur in der richtigen Situation machen. Na komm schon. Ah, der redet immer noch auf den Noise-Maker. Jetzt! Volle Pulle drauf zu. Gute Idee. Und. Bapf! In einer schönen Fontäne nach oben. Sehr nice. Wird durch sein Vorwärts-Momentum immer noch ein bisschen nach vorne getragen. Aber sinkt jetzt. Schön! Das war wieder mal haarig. So, mich würde jetzt interessieren, was zum Teufel das da hinten eigentlich war. Ich würde mal vermuten, dass es einfach nur... Irgendein... ...Random-Fishtrawler oder so ist. Wir können ja mal kurz auftauchen. Und gucken. Übrigens, ja, die Sonntag-Folgen werden womit ein bisschen länger sein. Einfach nur, weil... Ja, es ist halt ein Video über ein Spiel. Können wir auch mal ein bisschen... Können wir es auch mal ein bisschen übertreiben. Ah, nur ein bisschen bequemer hinsetzen muss ich mich. Und Tee. Ich hab mir keinen Tee gemacht. Da würde ich jetzt wie Marco Ramius schön chillt auf dem... Extrem schräg liegenden U-Boot. Das ist echt krass. Das muss man sich mal vorstellen. Hier, dieses riesen Ding. Groß wie ein Haus. Und im 45-Grad-Winkel. Boah. Naja, 30 Grad vielleicht. Aber hier mit Planes 30 ist tatsächlich 30 Grad Winkel nach oben gemeint. Da kann man schon verstehen, dass Tee-Tassen tatsächlich vom Schrank fallen würden. Übrigens, solche Woodwracks machen tatsächlich wahnsinnig viel Krach. Weil halt zum Beispiel noch Luft rausläuft und Pipapo und würde das knacken und knirschen. Insoweit kann man das manchmal benutzen, um sich da zu verstecken. Ich hab's auch schon hinbekommen, tatsächlich Torpedos an solchen Wracks abzuschütteln. Im Prinzip, indem ich sie da abgeschmiert habe. Bin mit meinen Torpedos am Hintern halt über das Wrack rübergefahren. Hab einen Noise-Maker abgeworfen und danach ist der Torpedos in das Wrack reingetaumelt. Kann man machen. Ist aber schwierig. Ist vielleicht ein Versuch wert. Der Wasserdruck wird deutlich niedriger. Mekon-Sonar. Nicht mehr kaffieren. Dann kann man's A nicht mehr benutzen und B läuft halt plötzlich Wasser ans Boot. Ich hab... Ich hab übrigens definitiv damit gerechnet, dass wir diese Folge irgendwie versenkt werden. Weil dieses Spiel ist böse. Wirklich böse. So, und wir gucken jetzt einfach nur mal, ob wir da oben vielleicht ein Boot entdecken. Etwa bei... 190 Grad. Pumscope. Pumscope hoch. Ist übrigens sehr gefährlich, weil Periskope relativ einfach mit Radar zu entdecken sind. Äh, oben können wir jetzt sehen, die Gradzahlen, aber ich seh nix. Hilft auch Nachtsicht nicht. Wir können noch ein paar andere Masten hochfahren. ESM und Radar. Das kann helfen, Boot zu entdecken. Und ja, wir haben tatsächlich gleich Kontakt aufgenommen. Das hier ist... Was ist denn das jetzt? Kahn-Sona-Kahn. Dive at 4, 5, 8, dive by. Master 2 ist classified as Trawler. Also wenn die Daten sehr, sehr eindeutig sind, dann werden Ziele automatisch klassifiziert. Und das ist einfach nur ein Fishtrawler. Ähm... Fangen wir die ganzen Masten wieder ein. Und ESM-Mast. Weil diese Masten halt sehr, sehr auffällig sind. Genau. Unter anderemseits, weil wir dann nicht tauchen können. Weil auch zu viel Druck machen die Dinger kaputt. Und dann läuft plötzlich Wasser ans Boot. Und das wäre auch nicht so gut. Alles schon gehabt. Das ist das Schöne. So viele kleine Details, wenn man sich jemand Gedanken machen soll. Darf. Soll. Dieses Rohr hier im Übrigen ist nicht das Auspuffrohr. Da hängt unser Toad-Sonar raus. Also unser... Wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Keine Ahnung. Hinterhergezogene Sonar? Keine Ahnung. Hier dieses Toad-Sonar. Das ist halt ein Kabel. Das guckt hier so... Keine Ahnung, wie lange das eigentlich rausguckt. Vielleicht ein paar hundert Fuß oder so. Äh... Und... Da hängt dann auch noch mal ein... Äh... Hydrofon wäre das dann, glaube ich. Also ein Mikrofon, nur halt fürs Wasser. Drin. Äh... Und weil das halt einerseits weg ist von unserem Schiff. Unserem Boot. Von unserem Motor. Ähm... Hat man halt viel weniger diese Hintergrundgeräusche des Bootes an sich. Und andererseits hat man damit noch einen Datenpunkt. Weil du kannst dann halt hier irgendwie... Hier das Front-Sonar, das Bug-Sonar... Kann dann halt Geräusche auffangen. Und hier hinten kannst du dann Geräusche auffangen. Und dann kannst du viel einfacher Richtung und... Äh... Geschwindigkeit vielleicht von Zielen bestimmen. Bestimmt geht das irgendwie so. Ich kenne mich da physikalisch nicht so gut aus. Aber kann ich mir gut vorstellen, dass es dann viel, viel einfacher ist. Übrigens, das Schadensmodell ist auch relativ ausgefeilt. Ein U-Boot kann tatsächlich einen Treffer von einem Torpedo meistens wegstecken. Die Alpha nicht so. Die ist erstaunlich fragil. Das ist mir nämlich letztes Mal passiert. Ein Torpedotreffer tot. Hm, scheiße. Aber Wasserbomben zum Beispiel sind üblicherweise auch kein One-Hit-Kill. Äh... Und dann können tatsächlich einzelne Teile des Bootes... Kaputt gehen. Die man dann erst reparieren muss. Und sie können auch mit Wasser volllaufen. Und das... Mit Wasser volllaufen ist richtig böse. Weil man dann tatsächlich Auftrieb verliert. Und dann sinkt das Boot einfach. Und die eigene Tiefe nicht so einfach kontrollieren zu können, ist echt eklig. Weil dann... Dann musst du Sachen machen wie... Einfach nur um die aktuelle Höhe zu halten... Oder aktuelle Tiefe zu halten. Musst du dann einfach Vollgas geben. Die Planes volle Pulle anziehen. Also praktisch nach oben ziehen die Nase. Und den Ballasttank komplett leer machen. Ähm... Einfach nur um die Höhe zu halten. Und das Lustige ist... Je tiefer man sinkt... Je schneller dringt das Wasser ein. Weil der Wasserdruck steigt. Das heißt... Um das Wasser rauszupumpen, was man kann... Muss man aber sehr nah an die Wasseroberfläche. Was aber gefährlich ist... Weil da die Gegner womöglich warten. Also es ist... Da... Da wird es dann sehr, sehr schnell sehr hektisch. Hatten wir jetzt diesmal nicht. Ist auch okay. Ich glaube wir sind erstmal fertig hier. Und damit möchte ich auch sagen... Ich hoffe es hat euch gefallen und schaltet... Nächste Folge ein zu was auch immer. Keine Ahnung. Der Sondersonntag soll ein bisschen... Ein bisschen von allem sein. Buntes... Kunterbuntes... Mischmasch von irgendwas. Bis dann.